Hallo Deutschland, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Der Flug LH 543 von Bogota nach Frankfurt geht wohl in die Geschichte der Lufthansa ein. Gestartet war die Maschine mit 191 Reisenden. Bei der Landung sind es dann 192. Völlig unerwartet hatte eine 38-jährige Frau während eines Fluges ein Baby zur Welt gebracht. Wir haben heute mit der Bordcrew gesprochen und das erste Foto des Jungen bewundert. Sie waren auf dem Weg in den Urlaub und freuten sich auf entspannte Tage. Aber sie kamen nicht am Urlaubsort an. Zwei Familien sind auf der A7 in sehr schwere Unfälle verwickelt worden. Es ist vier Jahre her, dass der 82-jährige Leon Kampen die Philippiner Amy in einem Datingportal kennenlernt. Sie ist 56 Jahre jünger als er. Er besucht sie auf den Philippinen. Vor zwei Jahren heiraten sie in Manila. Nun möchte er sie nach Deutschland holen. Doch da machen die Behörden ihm einen Strich durch die Rechnung. Sie glauben, es ist eine Scheinehe. Stimmt nicht, sagt Leon und zog für seine Liebe bis vor das Berliner Verwaltungsgericht. Für viele Fußgänger und Radfahrer ist Andreas Schwiede ein Held. Für Autofahrer ist er dagegen ein nervender Denunziant. Denn der Berliner meldet der Polizei regelmäßig Falschparker. 1000 Wagen hat er schon abschleppen lassen. Wir haben Andreas bei der Jagd auf Falschparker begleitet. Am Sonntag ist es 40 Jahre her, dass der damalige Chef der Dresdner Bank, Jürgen Ponto, in seinem Haus erschossen wird. Ermordet durch die linksextremistische Terrorgruppe RAF, weil er aus ihrer Sicht zur verhassten kapitalistischen Welt gehörte. Ein Fall, der das gesamte Land geschockt hat. Dabei konnte der brutale Mord so nur geschehen, weil unter den Tätern die Tochter eines engen Freundes der Familie Ponto war. Passend zu den Sommerferien wollen wir Ihnen bei Hallo Deutschland jetzt jeden Freitag eine kleine Auszeit bieten. Wir starten unsere Ausflugstipps mit Berlin. Abseits vom beginnenden Bundestagswahlkampf hat sich mein Kollege Andreas Korn dort aufs Rad geschwungen, um einen ganz besonderen Weg zu erkunden. In Hamburg hat mein Kollege Ralf Zimmermann von Siefert jetzt die aktuellen Erkenntnisse für uns. Ralf, was weißt du über Täter und Opfer? Vielen Dank, Ralf. Mehr dazu gibt es in den 19 Uhr heute Nachrichten. Liebe Zuschauer, das war's von Hallo Deutschland für heute. Ab Montag ist meine Kollegin Lissi Ischardt wieder für Sie da. Hier im ZDF geht es jetzt weiter mit Leute heute und Karin Webb. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.